Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 82 mit List und Tücke Zweiter Teil Die erste Woche verlief genauso ruhig wie der erste Schultag. Da nächste Woche am 10. September wieder Vollmond sein würde, besuchte Remus am Sonntag das erste Mal in diesem Monat die Kerker, um sich seinen Trank abzuholen und sich seinen Tränkepass von Severus unterschreiben zu lassen. Am Montag, den 8. kam Remus für den zweiten Trank zu einer Zeit vorbei, in der Severus noch unterrichtete. Doch Hermine gab ihm den nach Vanilleschmeckenden Wolfsbandtrank, den sie selbst gebraut hatte. Die Unterschrift muss aber Severus geben, weil er ein registrierter Zaubertränkemeister ist, sagte Remus. Der hat jetzt aber noch Unterricht bis 14 Uhr. So lange warten kannst du sicherlich nicht, während immerhin vier Stunden. Kannst du später nochmal... Das Problem, Hermine, ist jenes, dass ich heute einen vollen Terminkalender habe. Ich habe vier Vorstellungsgespräche und will keines verpassen. Ich könnte erst sehr spät abends für die Unterschrift nochmal vorbeikommen, aber... Dieses Mal unterbrach sie ihn. Kann er nicht morgen unterschreiben, dass du heute den Trank genommen hast? Fragte sie, denn das wäre die leichteste Lösung. Er schüttelte den Kopf und erklärte mit leiser Stimme. Nein, das Ministerium will am gleichen Tag die Bestätigung haben, dass man den Wolfsbandtrank eingenommen hat. Alle Wehrwölfe, die bis heute und Mitternacht keinen Nachweis dafür erbringen, würde man festnehmen und wegsperren. Außerdem bekäme man noch eine Klage an den Hals wegen fortsätzlicher Gefährdung der Öffentlichkeit. Ich muss dann wohl heute Abend noch einmal kommen. Hermine versuchte, gelassen zu bleiben, obwohl sein Schicksal ihr so nahe ging. Remus war immer ein so gewissenhafter Mann, doch diese Gesetze sind wegen der uneinsichtigen Wehrwölfe gemacht worden, die sich noch immer nicht im Klaren darüber waren, dass sie gefährliche Bestien werden würden. Ach Blödsinn, warum solltest du nochmal herkommen? Ich gehe in seine Klasse und lasse ihn unterschreiben. Er wird mir wegen einer kleinen Unterbrechung, die keine 30 Sekunden dauern wird, wohl nicht gleich den Kopf abreißen. Gib her. Sagte sie und hielt Remus ihrer Hand entgegen, damit er ihr den zu unterzeichneten Schein geben würde. Das halte ich für keine gute Idee. Gestand er ihr. Auf ihren fragenden Blick hin erklärte er. Wenn Minerva oder ein anderer Lehrer ihn während des Unterrichts um etwas bitten würde, wäre das kein Problem. Aber wenn du ihn vor den Schülern störst und das auch noch wegen mir, nein, das geht nicht gut. Ich will nicht, dass du Ärger bekommst, Hermine. Sagte er ehrlich. Gegen ihre schnelle Hand, die ihm den Schein entriss, konnte er jedoch nichts machen. Ich bin gleich wieder da. Sagte sie lächelnd und verschwand. Sie hüschte kurz über den Gang, denn der Unterrichtsraum war ja ganz in der Nähe. Von drinnen hörte sie seine tiefe Stimme, die jedoch so leise sprach, dass sie die Worte nicht verstehen konnte. Nur für wenige Sekunden lang fühlte sie sich in ihre eigene Schulzeit zurückversetzt. Sie wartete, bis es still war, so, dass sie ihn nicht mitten im Satz unterbrechen würde und dann klopfte sie. Ein tiefes Herein folgte und Hermine holte tief Luft, bevor sie die Tür öffnete. Natürlich blickte nicht nur Snape auf sie, sondern auch alle Schüler, die offensichtlich gerade Flubberwürmer mit der flachen Seite eines Messers zerdrückten, um sie in ihren Kessel zu tun. Hermine erkannte am Geruch, der im Raum lag, dass die Schüler einen Trank gegen Erkältung brauen würden. In Windeseile war sie vorn bei Snape am Pult angelangt und sagte leise. Entschuldigen Sie vielmals, Professor Snape, aber gewisse Umstände gebieten es mir, Ihnen den Tränkepass zur Unterschrift jetzt vorzulegen, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen. Sie bemerkte, dass ihre Hand zitterte, als ihm Remus Tränkepass hinüberreichte. Snape blickte sie aus böse funkelnden, nachtschwarzen Augen an und rührte sich einen Moment nicht. Nicht, bevor er so plötzlich wie ein Krokodil zuschnappte und ihr den Pass entriss. Er knallte ihn auf sein Pult, zückte die Feder und kritzelte seine winzige, enge Unterschrift in das entsprechende Feld. Wieder beobachtete er, wie seine Unterschrift verschwand und der rote Bestätigungsstempel des Ministeriums erschien. Er reichte ihr den Pass, während er sie aus verengten Augenlidern anblickte und ihre Gestalt mit den Augen verfolgte, bis sie das Klassenzimmer wieder verlassen hatte. Ganz herzlich bedankte sie Remus bei ihr, bevor er sich auf den Weg zu seinem ersten Vorstellungsgespräch machte, einem Putzjob im Britischen Museum in London. Die Bücher, die Snape ihr aufgetragen hatte zu lesen, lagen übereinander gestapelt auf dem kleinen Arbeitstisch in seinem privaten Büro, an welchem sie schon die Abhandlung über seinen Traum geschrieben hatte. Sie hätte sie gerne mit in ihre Räume nehmen können, doch sie blieb hier und nahm sich die erste Schwarte vor, die sie letzte Woche schon fast zu Ende gelesen hatte. Nur noch zwei Kapitel fehlten. Als sie damit endlich durch war, nahm sie das zweite Buch zur Hand. Ein Buch über die Verarbeitung von Zaubertränkezutaten und was eine falsche Handhabung alles zunichte machen konnte. Beim Lesen vergaß sie völlig die Zeit und sie merkte nicht einmal, dass Professor Snape vor dem Arbeitstisch stand, hinter dem sie saß, während sie sich in das Buch vertieft hatte. Plötzlich belferte eine tiefe Stimme. Was denken Sie sich dabei, mich während des Unterrichts zu stören? Hermine zuckte zusammen und wich auf dem Stuhl zurück, sodass sie ihren Rücken gegen die Lehne presste, denn diese abrupte Störung hatte sie sehr erschrocken. Schnell hatte sie sich wieder fassen können und sie erwiderte. Ich dachte... Nein, das haben sie offensichtlich nicht getan. Ich habe ihn erörtert, dass unsere Zusammenarbeit erst nach meiner eigentlichen Aufgabe hier in Hogwarts als Lehrer stattfinden würde. Bevor mein Unterricht zu Ende ist. Aber... Wagen Sie es nicht, mich noch einmal zu unterbrechen, Miss Granger. Mr. Lupin hätte später noch einmal kommen können. Sie werden mich nie wieder während des Unterrichts aufsuchen. Wenn ich Sie nicht persönlich darum bitten sollte, haben wir uns verstanden, sagte er bedrohlich leise. Hermine hatte keine Angst vor ihm, aber sie fühlte sich ungerecht behandelt, so, dass vor lauter Wut ihre Unterlippe zitterte. Sie hätte gern die Umstände erläutert, weshalb sie ihn gestört hatte, aber sie wusste, dass sämtliche Erklärungsversuche bei ihm auf taube Ohren stoßen würden, denn der Grund für die Störung war ihm egal. Bei jeder anderen Person, außer vielleicht Sirius, wäre er wohl nicht so wütend gewesen, aber weil es wegen Remus gewesen war, entfesselte sich sein Zorn ungebremst. So kniff Hermine lediglich ihre Lippen zusammen und nickte, sodass das Thema vergessen schien. Doch für sie war das nicht der Fall. Sie ärgerte sich so sehr über ihren Professor, dass sie in diesem Moment den Entschluss gefasst hatte, ihn entweder mit seinem Irrwicht zu konfrontieren, wenn es heute die Gelegenheit dazu geben würde, oder ihm ihren Trank unterzumischen, der seine Magiefarben zum Leuchten bringen würde. Durch seine grantige Art hatte er unwissentlich Rachegelüste in ihr geweckt. Sie folgte ihm in sein Privatlabor, bemerkte gleich neben der Tür ihren Farbtrank und steckte eines der kleinen Flächen unauffällig in ihre Hosentasche, um für passende Gelegenheiten immer eines bei sich zu tragen. Sie brauchen heute unter meiner Aufsicht ein Amotentia, Miss Granger. Befall er, ohne sie dabei anzusehen. Wieso denn einen Liebestrank? Fragte sie verdutzt. Ihre Frage schien ihm auf den Geist zu gehen, weswegen er mit den Augen rollte und langsam, als würde er zu einer Erstklässlerin sprechen, erklärte. Weil die Zubereitung von einem Amotentia äußerst kompliziert ist und ich dadurch erfahren werde, wie behände sie sich gerieren. Seine Art und Weise missfiel ihr von Minute zu Minute und immer mehr dachte sie bei sich. Mache nur so weiter, das wirst du mir bezahlen. Die Atmosphäre war heute auf dem Nullpunkt und das änderte sich auch nicht, während sie den Amotentia braute. Das warme Feuerchen, welches er sonst immer ihr zuliebe im Kamin hatte prasseln lassen, fehlte heute. Für sich selbst hatte er seinen Kamin selten entzündet, aber heute blieb er trotz der Anwesenheit seiner Schülerin aus. Der Schrank mit dem Irrwicht stand schon seit Wochen in Snapes privatem Büro. Den Trank sollte sie in seinem Privatlabor brauen, welches nur ein Zimmer weiter lag und durch eine Verbindungstür zu erreichen war. Auch wenn jeder Raum separat über einen Durchgang zum Flur verfügte, würde sie es schaffen, den Irrwicht ungesehen zu befreien und zwar so, dass Snape ihm näher wäre als sie selbst. Sie würde es versuchen und zerbrach sich den Kopf, wie sie es nur anstellen konnte. Gut, Miss Granger, jetzt rühren Sie den Trank für 20 Minuten nicht an, sonst ist er unbrauchbar. Lassen Sie ihn auf kleinster Flamme köcheln, sagte Snape mit eiskalter Stimme. Ich brauche für nachher noch eine Vanillestange, aber in ihren Vorratsschränken habe ich keine gefunden, sagte sie genauso distanziert wie er. In meinem Büro habe ich welche. Sie ließ ihn nicht ausreden und sagte bereits. Achi, o Vanille. Hier fuhr er ihr über den Mund und schimpfte. Sie werden hinübergehen und sie holen. Ich werde es nicht gestatten, dass sie Zutaten per Aufrufezauber hin und her schweben lassen, Miss Granger, denn Unfälle sind dabei absehbar. Selbst wenn es sich heute nur um eine Vanillestange handelt, so können sie sich gleich angewöhnen, ihre benötigten Zutaten auf konventionelle Art und Weise an den Tisch zu holen. Erinnerungen flackerten in ihrem Kopf auf. Verzweifelt suchten sie nach Situationen, in denen er oder sie schon einmal eine Zutat per Aufrufezauber an den Tisch befehligt hatten. Aber sie hatten es nie getan. Sie hatten sie immer selbst geholt. Trotzdem bestärkte seine grimmige Belehrung sie nur darin, es ihm heute heimzahlen zu wollen. In seinem Büro entdeckte sie die Vanillestangen in einem Glas in der Vitrine des Schrankes, der neben dem des Irrwichts stand, der wiederum gleich neben der Tür stand, die in den Flur führte. Ein teuflisches Grinsen formte sich auf ihrem Gesicht. Sie würde mit wortloser Magie den Schrank des Irrwichts öffnen, dann zurück ins Labor gehen und behaupten, sie würde die Vanillestangen nicht finden. Sicherlich würde er ihr in diesem Moment einige Beleidigungen an den Kopf werfen, aber er würde sich trotzdem selbst auf den Weg machen, um sie zu holen. Dann müsste er an dem Irrwisch vorbei und sie könnte die ganze Szenerie von der Labortür aus beobachten. So wollte sie es machen. Zu Hause bei Susan verabschiedete ihre Mutter gerade den Heiler an der Tür, der einen Hausbesuch gemacht hatte, während Susan das Gespräch, welches sie mit ihm geführt hatte, in Gedanken wiederholte. Wie lange hältst du ihre Übelkeit schon, Miss Bones? Hatte der Heiler gefragt, während er derweil seinen Zauberstab gezückt hatte. Schon über eine Woche, aber nie musste ich mich so schlimm übergeben. Hatte sie erwidert. Nehmen Sie regelmäßig irgendwelche Heilmittel oder Tränke ein? Sie hatte gefühlt, wie die Röte über ihre Wangen gekrochen sein musste, denn ihre Mutter war während der Untersuchung im Zimmer geblieben. Und so hatte sie in ihrer Anwesenheit wahrheitsgemäß antworten müssen, auch wenn ihre Stimmung einiges dünner geworden war. Ähm, ich nehme jeden Abend einen Verhütungstrank ein. Ihr war nicht entgangen, dass ihre Mutter daraufhin ebenfalls errötet war. Haben Sie die Tränke hier? Ich würde gerne einen Blick darauf werfen, hatte der Heiler vorhin gesagt. Weshalb Susan ihrer Mutter erklärte, wo genau im Badezimmer die Tränke verstaut wären, sodass sie eines der Fläschchen holen konnte. Der Heiler hatte das Fläschchen entgegengenommen und entkorkt, um daran zu riechen. Gleich darauf hatte er das Gesicht verzogen. Susan konnte ihre Gedanken an die Untersuchung nicht weiterführen, denn ihre Mutter war zurück ins Schlafzimmer gekommen. Sie blickte ihre Tochter an, sagte aber eine Weile lang nichts. Näherte sich ihr jedoch und setzte sich auf ihr Bett. Die Realität hatte sie wieder eingeholt und Susan konnte es nicht vermeiden, dass sich Tränen in ihren Augen sammelten, was ihre Mutter bemerkte. Mit leiser Stimme fragte ihre Mutter, ist es dir überhaupt nicht aufgefallen, dass die Tränke anders geschmeckt haben? Susan verneinte wortlos. Ihre Mutter seufzte und ergriff zärtlich ihre Hand. Diese Geste ließ die erste Träne über ihre Wange herunterkullern, als Susan schniefend fragte. Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab sie die ganze Zeit lang genommen und hab nur gesehen, dass sie langsam zur Neige gehen und ich neue besorgen muss. Mir ist wirklich nicht aufgefallen, dass das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. Susans Lippen begannen zu zittern und sie zog die volle Nase hoch, sodass ihre Mutter sich dazu aufgefordert fühlte, ihr ein Taschentuch zu reichen, sodass sie sich die Nase putzen konnte. Nach einer ganzen Weile, sagte ihre Mutter, ich bin so froh, dass es rechtzeitig bemerkt worden ist. Sonst hättest du dich noch selbst vergiftet, Schatz. Sie holte tief Luft, bevor sie offen ansprach. Ich könnte dir immer noch Verhütungsmittel aus der Muggelwelt besorgen, Liebling. Ich bin da noch krankenversichert. Ich könnte mir ein Medikament für dich verschreiben lassen. Sie drückte die Hand ihrer Tochter, bevor sie hinzufügte. Natürlich erst, nachdem das Kind geboren wurde. Susan begann bitterlich zu weinen. Es war alles ihre Schuld. Ihre Mutter, von der sie die roten Haare geerbt hatte, nahm ihre Tochter in den Arm und wiegte sie, wie sie es schon gemacht hatte, als sie noch ein Kind gewesen war. Susan konnte sich in Ruhe ausweinen, während sie derweil getröstet wurde. Ganz leise flüsterte ihre Mutter ihr ins Ohr. Du weißt, dass deine ganze Familie dir helfen wird, mein Schatz. Ganz egal, was geschehen wird. In diesem Moment hatte Susan das Gefühl, jemand würde ihr das Herz zerquetschen, weil sich für den Bruchteil einer Sekunde der Gedanke in ihr bereit machte, Draco könnte sie womöglich verlassen. Nachdem sie ihn darüber informiert hätte, doch die flüsternde Stimme ihrer Mutter verdrängte den Gedanken, als diese sagte. Wir können nur ganz fest hoffen, dass die schlecht gewordenen Tränke sich nicht auf die Schwangerschaft auswirken. Aber ich bin mir sicher, dass alles gut gehen wird. In den Kerkern hatte Hermine alles gut durchdacht. Aber ihr heimlicher Plan wurde unwissentlich von Snape vereitelt. Sie hatte gerade eben per wortlosem Zauber eine Schublade des Schrankes mit dem Irrwicht, einen kleinen Spalt geöffnet und sich schnell umgedreht, um ins Labor zurückzugehen. Da hörte sie hinter sich die Tür im Büro, die zum Flur führte, zuschlagen. Snape war über den Flur ins Büro gekommen. In einer Hand hielt er eine Ampulle und ein dunkelblaues, bauchiges Fläschchen mit Zutaten, die sie nachher noch benötigen würde. Er hatte sie offenbar aus seinem persönlichen Vorratsraum geholt, aus dem sie damals auch die Baumschlangenhaut entwendet hatte und der vom Flur aus gleich neben der Tür seines Büros lag. Kaum hatte Hermine sich umgedreht, sah sie auch schon, wie er mit dem Zauberstab die Schublade des Irrwichtschranks schloss, bevor er sich zu ihr umdrehte und gereizt zischend sagte. Sind sie denn von allen guten Geistern verlassen? Ich habe die Vanillestangen nicht gefunden und... Und da haben sie geglaubt, ich würde sie in einem Schrank aufbewahren, in dem ein Irrwisch haust? Er schnaufte ungläubig und verachtend, bevor er sie zurechtwies. Sie müssen den Verstand verloren haben. Haben sie eine Ahnung, was ein Irrwisch alles anrichten kann, außer die Gestalt der größten Angst eines Menschen anzunehmen? Sie können von Glück reden, dass er keine Zeit gehabt hatte, um zu entkommen. Denn Pivis würde nicht mehr Schaden anrichten können, würde ich ihn hier einladen. Ich möchte nicht, dass mein Büro durch einen manifestierten Körper, welcher Art auch immer, verwüstet wird. Haben sie verstanden? Der heutige Tag war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, dachte Hermine. Sie bemerkte, dass ihre Wangen warm geworden waren, als sie die Schelte über sich hatte ergehen lassen. Verlegen kniff sie die Lippen zusammen und nickte ihrem Professor reumütig zu, der daraufhin zu seinem Schreibpult hinüberging und Ampulle und Flasche darauf abstellte. Er atmete einmal tief ein und aus, bevor er sich der Vitrine näherte und das Glas mit den Vanillestangen entnahm, während er schimpfte. Man kann sie sogar durch die Vitrinentür hindurch erkennen, aber sie scheinen momentan mit Blindheit gestraft zu sein. Er stolzierte auf sie zu und hielt ihr das Glas mit den Vanillestangen vor die Nase, welches sie still entgegennahm. Tun Sie mir einen Gefallen, holen Sie mir ein Glas Wasser. Es war zwar untypisch für Snape, sie um etwas zu trinken zu bitten, doch es war auch seit langer Zeit mal wieder das erste Mal, dass er ihr gegenüber so unausstehlich war. Das Glas Wasser wäre ihre Chance für den Farbtrank, dachte sie. Sie stellte sich vor, das kleine Schränkchen, auf welchem ein Tablett mit Gläsern und Flaschen stand, darauf achtend, dass sie mit ihrem Körper das Glas vor seinem Blick verdeckte. Ergriff sie die durchsichtige Karaffe mit stets frischem Wasser und füllte ein Glas. Mit einer Hand stellte sie die Karaffe wieder ab, während die andere Hand zeitgleich ihren Trank aus der Hosentasche fischte. In Nullkommanichts war die kleine Flasche entkorkt und deren Inhalt dem Wasser beigemischt. Es war rein gar nichts zu sehen und schmecken würde man es auch nicht. Die leere Flasche steckte sie wieder in ihre Hosentasche, bevor sie zu Professor Snape an das Schreibpult hinüberging, an dem er eine Liste mit benötigten Zutaten überflog und ihm das Wasser reichte. Mit einem Nicken dankte er ihr, bevor er das Glas nahm und es in einem Zug leerte. Wie gebannt starrte sie ihn an, doch bisher tat sich noch nichts. Bei Ron hatte es fast eine halbe Minute gedauert, bis das Glimmen zu sehen war. Doch auch nach einer Minute zeigte der Trank keine Wirkung bei Snape. Könnte er womöglich nach zu langer Aufbewahrung seine Wirkung verloren haben? Vielleicht musste man ihn vor jeder Anwendung neu brauen, vermutete sie, als sie plötzlich bemerkte, dass Snapes Atmung schneller wurde. Er machte sich gerade Notizen auf dem Pergament, als er sich mit einer Hand an den Hals fasste. Professor, ist alles in Ordnung? fragte sie zackhaft. Sie machte sich ernsthaft Sorgen um ihn. Snape antwortete nicht, sondern er begann plötzlich, schnell und kurzatmig nach Luft zu schnappen. Die Feder ließ er fallen, als er fast panisch beide Hände an den Hals führte, um die Knöpfe seines hochgeschlossenen Gerox zu öffnen. Hysterisch riss er an dem Kragen, sodass die Knöpfe sich lösten und zu Boden fielen. Professor! sagte sie nun lauter und eilte um das Pult herum. Doch da kippte er bereits vom Stuhl zu Boden. Oh Gott, ganz ruhig, bleiben Sie ganz ruhig! Rät sie ihm, obwohl sie selbst der Panik nahe war. Er hechelte und lief bereits blau im Gesicht an, was ein sicheres Zeichen dafür war, dass er unter akuter Atemnot litt. War ihr Trank etwa umgekippt? Oder hatte sie ihn versehentlich vergiftet? Oder litt Snape womöglich an eine Allergie und schwoll daher seine Schleimhäute zu, weswegen er keine Luft mehr bekam? Sie musste etwas unternehmen, aber ohne Diagnose konnte sie nicht handeln. So zog sie flugs ihren Zauberstab, der wie wild in ihrer Hand zitterte, und wandte einige Diagnosesprüche an. Snape japste nach Luft und sein Körper wurde von einem unkontrollierten Zitter übermannt. Die Diagnosesprüche, die sie seit ihrer Ausbildung im Mungus blind beherrschte, brachten überhaupt keine Ergebnisse und erst da geriet sie wirklich in Panik. Konnte sie ihn jetzt trotz ihrer zertifizierten Heiler-Ausbildung nicht retten? Wäre sie für seinen Tod verantwortlich? Um Himmels Willen, Snape! Schrie sie, als sein Körper sich aufbäumte und sein Rücken sich bog. Seine Augen hatten sich bereits in den Hinterkopf gedreht und er bekam nur noch wenig Luft. Per Aufrufezauber holte sie ein Besoir herbei, während sie seine Hände daran hinderte, sich weitere Kratzwunden am Hals zuzufügen. Kein Besoir kam geflogen und so versuchte sie es noch einmal, doch wieder kam das beste Mittel gegen Vergiftungen nicht zu ihr. Ein Luftröhrenschnitt! sagte sie laut zu sich selbst. Sie versuchte, Snapes Hände mit Hilfe ihres Zauberstabes zu fesseln, sodass er nicht seinen Hals bedecken konnte, aber es gelang ihr nicht. Es schien, als wäre sie so aufgeregt, dass sie ihre Zauberkräfte nicht mehr unter Kontrolle hatte, was ihr plötzlich vor Augen hielt, dass sie als Heilerin schlichtweg versagte. Vier Jahre Ausbildung zur Heilerin im Sankt Mungus waren für die Katz. Sie ergriff eine von Snapes Händen und er drückte, wahrscheinlich unbewusst oder wegen der Krämpfe, sehr fest zu, während Hermine ihren Stab an ihren eigenen Hals führte und einen persönlichen Sonoros-Zauber sprach, damit ihre Stimme lediglich im Krankenfügel zu hören wäre. Ein Notfall, Poppy! Kommen Sie sofort ins Snapes Privatbüro! Noch während ihres Hilferufs ließ das Zittern ihres Professors mit einem Male nach und sein gesamter Körper entspannte sich auf beängstigende Weise. Auch seine Hand, die sie hielt, lockerte nun ihren Griff. Tränen rollten über ihre Wangen, während sie mit einer Hand seine Halsschlagader suchte. Als sie kein Leben mehr in ihm fand, begann sie hysterisch zu weinen und zu wimmern. Sie wollte es nicht. Sie trug die Schuld an seinem Tod. Durch ihr kindisches Verhalten würde sie den Rest ihres Lebens in Azkaban verbringen und nicht einmal Harry würde ihr ihr aus der Patsche helfen können. Sie schlug sich verzweifelt eine Hand vor den Mund, während ihre andere noch immer die erschlaffte Hand von Snape drückte, als wolle sie ihm somit wieder Leben einhauchen. Doch dann vernahm sie plötzlich seine Stimme, die leise fragte. Miss Granger? Sie blickte erwartungsvoll nach unten, aber Snape rührte sich nicht. Hatten ihr ihre Sinne einen Streich gespielt? Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Schau, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.